Ich habe meinen Kindern heute einen Traum erfüllt, den ich als Kind nicht leben konnte. Dauerkarten für einen Bundesliga-Verein. Und ja, wir wohnen in Leipzig, also für RB. Pünktlich 10 Uhr habe ich mich heute von Rechner gesetzt und habe uns Karten reserviert. Und ich freue mich echt auf die Erlebnisse, die vor uns dreien liegen.